So, Sonntagmorgen, dann haben wir mal die Zeit hier den geilen Wolgarkaston. Ohne Besucher kann man sich heute mal auch ein paar Details hier aufnehmen. Voll gut angeschweißte Heckflosse. So, ein amerikanisches Rücklicht wahrscheinlich. Ja, Body by Fischer, also Cadillac. So, jetzt hier die geile Scheibe. Ist ja geil. So, jetzt hier die paar Augen kommen. Vielen Dank. Schauen wir mal weiter hin. Bitte? Einmal wieder umgehen, bitte herkommen und dann mit uns verhalten.